Nach Istanbul zu fahren wäre für mich die Chance, meinen Song ganz Europa zu präsentieren. Was mich von den anderen unterscheidet, ich habe Schokolade im Blut und eine fette Nummer. So, mein Job ist es gleich für euch zu singen und euer Job ist es für mich zu voten. So, jetzt dachte ich eigentlich, dass bei euch irgendwas passiert hier. Denn das sind die Fans von Patrick Noh. Und was können wir über ihn noch sagen? Eigentlich wollte er bis zu seinem 14. Lebensjahr Tennisprofi werden. Dann hat er gesagt, nee, ach komm, Tennisprofi hat man Steuerschulden, dann gibt es die Wäschekammer, will ich nicht. Darum ist er nicht Bäcker geworden, sondern Schreiner, aber gehubelt hat er auch nicht lange. Er hat gesagt, er will Musik machen. Und hier ist die Startnummer 01, schon mal merken, wenn sie für Patrick Noh sind mit Undone. Das ist die Startnummer 01, schon malumpur. Und das ist die Startnummer 01, schon mal mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020